hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play star trek online guten doch ja wer ist denn da der suran wer der suran kenn ich nicht kenn ich nicht gänsefleisch mal das fenster aufmachen das ist schon offen ich habe auch ein ventilator an so brunz warm wie das hier ist ich habe schon wieder totales arschwasser in der hose das ist brutal ich glaube die meisten zuschauer haben in dem augenblick abgeschalten ja mein kino ja wir sind hier let's play star trek online kdf seite und wir müssen nach empok nor also ja dann transporten wir doch mal dahin oder ist glaube ich nicht weit das ist sogar hier um die ecke ja genau in der zwischenzeit kann ich ja gleich mal eine runde leveln gratulieren hunde level ja ich wurde gerade ein level hochgestuft auch das habe ich auch skin schon gemacht ja du wieder mal natürlich ist aber ich kann gucken skill punkte technisch ich muss erst mal sehen dass ich aber neue sachen einstelle was haben wir zur auswahl schiffstarnung rücken offizier gorn dauer 48 stunden zwei tage was ist das für ein zeug schmuggel war aber das ist immer gut antriebsleistung aktuelle karte was haben wir da frachter lahm legen gibt irgendwelches zeug mach fracht oder menschen lahm legen gibt zeug mach archäologische artefakte los geht's minenfeld durch forsten da gibt es bestimmt minen klasse eine minenkolonie plündern auf geht's schwarzmarkt beschaffen habe ich kein zeug dazu wissenschaft nach mineraien scannen auf geht's so storting der langen ort moment ich finde es ein bisschen blöd dass man so viel dann her schieben muss die maus um das zeug zu aktivieren erpressung lokaler gouverneur machen wir mal das was haben wir noch was kommt meine abteilungsleiter techniker ich hab's gleich ich hab's gleich ev training mit ev trainieren macht spaß hui eva da gehen wir die leute aus experimentelles impulsantriebsupgrade was wird denn da was kommt eh nix bei raus dein schiff schaut irgendwie aus wie so eine kombination zwischen einem hund und so einem jetski wo bist du hier drüben der herr ist da bisschen daneben geflogen was hund und und jet ski ja irgendwie weiß auch welches teins meins ja meinst hat einfach nur einen dicken arsch so start die lange nacht storting i am loading hui gleich reingeworpt so dort ist es general embark nor ich fliege nicht gleich los ach so da war ja was ist ja diesmal mit dir jaja wir müssen außerdem sind wir außerdem sind wir wieder im let's play wir müssen noch aufnehmen vorlesen war nicht ich musste mal eben weg also dort ist es general embark nor ich denke es ist nur logisch dass die katasianer im im wahren weg das als eine operationsbasis nutzen immerhin ist es eine erinnerung an ihre militärische macht unser geheimdienst hat den code erhalten der uns zugang zum zentralen korridor verschafft von dort aus steht uns die gesamte station offen da die schilder der station hochgefahren sind kommen wir nur über den andock ring rein dafür müssen wir alle schiffe des wahren weges und der station verteidigen ausschalten du schreib mal nicht ganz so laut und steuer ist bei mir bin ich wieder zu nah dran ja wahrscheinlich warte mal da muss ich gleich mal gucken bevor jetzt scheinbar die angriffen ok keine angst ich rette ihn ich wollte nur mal gucken ob der pegel vom mic wieder hochgegangen ist ohne dass ich es mitgekriegt habe nö ist immer noch so gut also liegt es nicht daran schüppi dünn die fällt gerade auf ich fliege mit voller energie auf antriebsleistung das macht sich gut wo hast deine jäger zwei habe ich draußen die fliegen die fliegen mir hinterher für das team ja ich nehme da oben die gala klasse macht oben da noch eine du trägst du trägst korros jahre jetzt ruckelt sie aber wie saugrad was noch kaputt von mir nicht also bei mir läuft es stäbel über mir ruckelt es gerade wie solche wie solche voll die solche wahrscheinlich weil ich gerade solche ausgeteilt habe das kann natürlich sein so gravitationsbrunnen bitteschön einmal brunnen also bei dem kahn merkt man jedes bisschen antriebsenergie ich habe es nämlich mal ein bisschen runter genommen und wieder auf die waffen geleitet scheuße wieder schwerfälliger das brauchst du aber normalerweise eh nicht ich meine stell dich halt rein und schieß aber ich muss erstmal zu dem ziel hinkommen die sensoren zeigen eine funktionierende luftschleuse in der nähe auf ihr kommando können wir andocken auf ebook nur andocken zwei kärgern sind zu viel machen wir noch die ach ja auch hier text wenn wir zugang zum zentralkorridor haben wollen müssen wir einen weg finden die notschutz zu öffnen sobald wir eine sicherheits substation gefunden haben sollte es ein leichtes sein das system mit ein paar der code zu überbrücken die wir durch die eroberung der von kardassia am ende des dominienkriegs erhalten haben finden sie eine zentrale sicherheits substation und geben die sicherheitscode ein um das notfallschott zurückzuziehen seien sie vorsichtig die sensoren zeigen mehrere lebensformen einige energiewerte die auf fallen hinweisen könnten die kardassianer sind bekannt dafür anlagen wie diese mit laserschranken zu sichern wenn es welche gibt es sollten sie es sollte sich in der nähe eine steuerkonsole befinden wenn wir die konsolen zerstören werden die laserschranken deaktiviert wie hier dann wollen wir mal wo muss er ein lassen nee lass mal lassen wir sie draußen die fressen uns nun wieder alles weg so haben wir hinten irgendwas da kommen wir gerade nicht ja wahrscheinlich wenn wir irgendwann das ding hier deaktivieren ich gucke gerade ob hier hinten irgendwas ist nein hier hinten ist nichts solche solche verwinkelten dinger die laden immer sprichwörtlich ein zum dingen sag schon dass da irgendwas rumliegt so ich habe ich auf jeden fall eine lichtschranke aber ich finde hier keine konsole ich auch da ich als profitechniker finde natürlich sowas sofort ich habe gedacht hier wäre da vorne an der einste um die ecke gewesen ja sowas haben wir hier noch zur auswahl zum rumklicken da haben wir ein bisschen was oh die umgefallen sich gefallen diese dualbistolen ja ja ist ja aus dem crafting system die herausgezwiebelten ne dann wären das ja noch mk2 oder so die gab es doch irgendwie bei der letzten aufnahmesession irgendwie bei einer mission so was weiß ich gerade hier kann es sein dass ich dir ein doff gegeben habe boff ne da gab es mehrere zum auswählen ich weiß nicht was du genommen hast ich glaube aber auch die dualen genommen ist das ist das nicht die mission ja mit diesen mit den gasen die eine bisschen wilde balle im kopf machen könnte sein bin ich also gerade gar nicht ganz sicher wo was sind das da steht ein baum nun in stein klingonisches racht getratzell weite duran vulkanischer gegen vulkanischer gewurztee du wenn ich jetzt von oben auf mein charakter schaue ich in den weltraum raus recht wenn du ganz raus zum spüren ist es auch wo ist ein prognor da stehst du wahrscheinlich gerade dritten und richtung geht's nicht macht mich ganz kirre macht dich ganz wischig dass er ist passiert das konsolien spring mal durch was da passiert wo sind ich das konsole hatte ja draußen irgendwo oder hinten kiste moment hier geht doch was auf was also ich habe keine ahnung siehst du hier irgendetwas was man es kennen kann nein weil hier wo ich stehe kann ich triunium gas scannen wahrscheinlich irgendwo in der kiste drinnen alter muss echt aufpassen wenn du von oben irgendwo reinschauen willst ja jetzt sicher war triunium groß das war habe ich durch zufall gesehen bei mir ist es auch gerade aufgeploppt dann noch so ein paar tricks hier irgendwo naja jetzt fahre ich jetzt gleich oben raus wir haben auf jeden fall zwei konsolen die sind aber nicht verwendbar ich wollte noch mal diese diese blöde konsole um da vorne das zu machen zerstören sie zerstören sie die konsolen der leder aber welche konsolen könnten wir mal kurz haben draußen habe ich auch geschaut hast du mal auf die karte geschaut das wäre da hinten aber dann die konsolen war man doch gerade ich habe nicht geschossen hätten das kann natürlich sein ja ich bin ich bin so als föderationstechniker gewohnt auch mal auf den knopf zu drücken klingonen schießen immer nur drauf seit wann durch föderation erst technisch machen und dann reden oder so der das machen das machen ja nur wir abgesehen bei den klassiker den kennst du ja noch noch und hallo sagen das schämmer darchen weil eigentlich kein wunder dass die jammer das so wütend sind wenn die keine frauen haben ja wieso du wirst ja ich viel entspannter sein wir haben ja kein argon nichts um die buchteile bevor ich gedrückt habe wenn wir sagen immer weggegangen das war bedarf und danke jetzt habe es doch noch gekriegt was ist mich los ihr schwere nöter schwerenköter wir hatten da den alten faser du ich nicht ne ich habe mittlerweile neue das ist aber dein dorf glaube ich mein dorf meine haben große ja das ist dein dorf der kicken der kicken der dick bauch das ist auch nicht von meiner mien weg bist du für den drecksack noch einer ich glaube der raum ist gekriegt ins inventar hier schauen ja sind die box und wenn den habe ich in check running gekannt habe ich ja stimmt ja tatsächlich dieses gerät sicherheitscode eingeben die konsole finde ich cool dem gebe ich jetzt auch mal hier was anderes mit alle notfalldecks sind eingezogen der computer meldet einen minimalen atmosphärischen druckausgleich diese station ist jedoch alt und baufällig wir sollten uns daher beeilen wir sollten das kommunikationsfeld so sabotieren dass der wahre weg keine warnung einen andere zellen in dem bereich setten kann hierdurch haben wir den überraschungsmoment bei der verfolgung andere aufrührerische gruppen durch die flotte auf unserer seite deaktivieren sie das kommunikationsfeld der station noch mal dann tun wir das tun wo läufst du hin ja auf halte tür hier kommen die gase mein trikorder zeigte wir im merkwürdige werte an es erscheint sich um ein möglicherweise für psychotropes gas zu handeln mit katzenminze wir sollten vorsichtig sein es könnte eine falle sein ich muss los gas gas ich sehe viele bunte farben ich sehe auch gas ich kann es nur nicht aktivieren na komm du du jetzt schießt wieder auf mein eigenes zeug ist doch ach das ist glaube ich das die mission wo man lieber mit einem dings durchlaufen sollte mit manuellen zielen da komm steh auf recht das ist ja easy ja problem ist selbst mit manuellen zielen ziele schießt das auch überall hin nur nicht aufs ziel wahrscheinlich weil sie das gefixt haben ach du das bist du ich schieße die ganze zeit auf dich doch das ist dein bo da schießt wirklich auf alles mögliche als ja da gehen vielleicht von von 20 schuss mal einer nach vorne aufs ziel also ein bisschen eiche übertrieben falls er das irgendwie gefixt haben das ist meine vermutung im augenblick ja ist ja gut ganz wichtig bo's auf passiv setzen dann schießen die nicht auf dann passiert nämlich das nicht mal schauen passiv ist normal ist er jetzt passiv im prinzip musste bei deinem bo die drei von den drei tasten links des obersten einmal drücken dass so ein kreis drin ist habe ich einmal gedrückt aber passt ja einmal drücken ja mann ich ja die genau kiste öffnen aha lassen aber genug zeit daneben du 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 schießen Hau mal den Cuddys aufs Maul Easy Oh, das hat aber das Vorderlich lang ausgehalten So Der Raum ist klar Na Warte mal laut, mit müssen wir hier hin, was ist hier? Ich weiß nicht, aber ich Oh, das ist ein Stockwerk, wo wir hin müssen Weil laut Map ist das hier Verstehst? Ja Hm, gehen wir mal weiter Ich hab halt irgendwie Sprachprobleme Heute? Du, bleib mir hier außen stehen, weil da könnte ich mich noch ein bisschen bekampeln Wenn wir hier, äh Oh, Gas Ja Du, da ist ja irgendeine Tante drin, ne? Ja, ja, da ist er Ui Alter, das ist extrem geworden Der schießt kaum noch auf den Gegner, aber der trifft mich ohne Ende Ja, der hat wahrscheinlich einen Atemmasken Ach stimmt, da gab es irgendwie so eine Mission mit den Atemmasken von Remouladen Ja, aber das ist was anderes Ja, ob die hier auch helfen würden? Ich weiß nicht, ob du die überhaupt kriegst Doch, ich glaub schon Naja, ich tu hier mal was bauen Bau mal Gebaut Ui Nein, nicht das Komm mit Dass du was tust Dass du einen Schaden verursachst, das ist eh homöopathisch Ja, ich versuche, äh, verursachen Haufen Schaden allein durch meine verbale Konversation Durch meine Moderation Auf dieses Let's Play Hui Du, 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 du Immer schön in die Fresse Immer mitten in die Fresse rein Du, 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 du War doch von den Ärzten, oder? Genau Kiste öffnen Juhu, kardassianische Jamok-Soße No, lecker No, lecker Oh, da gibt's wieder Gas Gas Alter Ja, wäre schön, wenn er überhaupt mal schießt Mich treffen sie in einer Tour Und ich treffen sie Ja, aber selbst manuelles Ziel funktioniert, das richte auf, ganz ehrlich gesagt Vor allem, wenn ich mal Ach, das schieß ich schon meiner eigenen B.O.s Das war aber nett Ich bleib einfach mal vor der Tür stehen Ja, ich muss um die Ecke wenigstens mal gehen So, jetzt bin ich selber tot Weil die schießen natürlich nicht daneben Gebt mir mal den König, ich bin gleich da Wo liegst du denn? Genau vor dir Da, da Mit meinem B.O. zusammen Oder dein B.O. ist das sogar Ne, mein B.O. steht neben mir Ne, meiner ist tot, genau Na, ich muss respawnen Kriegst mich ja nicht hoch hier Ne, ich hab dich nicht anvisieren können nicht so richtig Ja, bauen wir halt erst mal das Ding uns auf Irgendjemand hat doch den noch umgelegt, das find ich cool Alter, muss ganz schön weit laufen, wenn du respawnst Ähm Schießen Jetzt kann ich wenigstens wieder ziegeln Ja, ich hab schon mal hier alles vorbereitet für dich, dass du loslegen kannst Komm, Gemma da, fall um Jo So, der Raum ist clear, oder? Äh, ja Guck mal, was da auf der Konsole steht Da steht, drücken Sie den Knopf in der nächsten Folge Jo Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss